Ferdinand Georg Waldmüller war einer der bedeutendsten österreichischen Maler in der Biedermeierzeit. Leben Er besuchte zwischen 1807 und 1813 unregelmäßig die Akademie in Wien und war Schüler von Hubert Maurer und Johann Baptist Lampi. 1810 erhielt Waldmüller den Gundelpreis. Er erwarb seinen Lebensunterhalt durch Ausführung von Porträts als Miniaturist und wurde 1811 für drei Jahre Zeichenlehrer im Haus des Grafen Gülei. In Agram, hier lernte er seine erste Gartin, die Hofopernsängerin Katharina Weidner, kennen, eine Schwester des Porträtsmalers Josef Weidner, die er 1814 heiratete. Das Ehepaar lebte zunächst in verschiedenen Städten, in denen Katharina ein Engagement als Sängerin erhalten hatte, wie Baden bei Wien. Brünn und Prag Waldmüller verdingte sich in dieser Zeit als Gullissenmaler am Theater. 1817 erhielt Katharina ein Engagement im Kärntner Tortheater in Wien, wo Waldmüller seither leben sollte. 1818 nahm er Unterricht bei Josef Lange in Ölmalerei und bei Johann Nepomuk Schüdelberger in Landschaftsmalerei. Es blieb zunächst die Porträtsmalerei Waldmüllers erfolgreichste Sparte. 1822 stellte er Porträts bei der Akademie in St. Anna aus. Im Auftrag des Leipziger Verlags Breitkopf und M. Hertel schuf er 1823 eines der später bekanntesten Porträts von Ludwig van Beethoven, das allerdings im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, erhielt er den Auftrag Kaiser Franz I. zu porträtieren, was ihm zunehmend andere Aufträge aus Adelskreisen eintrug. Zwischen 1825 und 1844 absolvierte Waldmüller einige Studienreisen nach Italien. 1829 wurde er Kustos an der Gemäldesammlung der Akademie mit dem Titel und Rang eines Professors. 1830 unternahm er eine erste Reise nach Paris. In den folgenden Jahren entstanden Landschaften des Salzkammergutes, wo er seine Sommeraufenthalte in Bad Eil verbrachte, und des Wiener Praters. 1835 wurde Waldmüller ordentlicher Rat der Akademie. 1836 erstellte er gemeinsam mit Josef von Führig einen Katalog der Gemäldegalerie. Mit der Akademie geriet Waldmüller jedoch zusehends in Konflikt. Weil er das Naturstudium gegenüber dem akademischen Kopieren-Altermeister bevorzugte, Metternich schützte und protegierte Waldmüller, konnte aber schließlich nicht verhindern, dass seine Reformvorschläge abgelehnt wurden und er 1850 zunächst sein Akademieatelier verlor und 1857 von seinem Posten suspendiert wurde. 1851 heiratete Waldmüller die Modistin Anna Bayer, nachdem er von seiner ersten Frau bereits seit 1834 geschieden war. 1854 musste Waldmüller im Modesallo seiner Gattin ausstellen und befand sich in großen finanziellen Schwierigkeiten. Bis zu diesem Jahr hatte er auch Privatunterricht gegeben. Er konnte international wieder Erfolge feiern und wurde 1864 schließlich von Kaiser Franz Josef rehabilitiert. Zu seinen bedeutendsten Schülern gehören die Maler Hans Kennen Anton Rumackow und Adam Brenner. Ferdinand Georg Waldmüller starb im Alter von 72 Jahren und wurde auf dem Gräber ein im Waldmüllerpark in Wien beigesetzt. Würdigung Waldmüller war in seinem Schaffen sowohl in der Landschafts- als auch in der Porträt- und Genre-Malerei gleichermaßen erfolgreich. Seine Bilder sind bis heute außerordentlich populär, wobei Waldmüller oftmals als Darsteller von Biedermeierideln missverstanden wird. Joriszenen aus dem Wiener Formels oder Kinderbilder können wohl einen harmlosen Eindruck erwecken. Waldmüller wies aber mit seinem Eintreten für das Naturstudium und die Freilichtmalerei und gegen die akademische Malerei in die Zukunft. Er war einer der großen Repräsentanten der Wirklichkeitsschilderung. Die Darstellung des Lichts wurde zum Zentralproblem seines umfangreichen Schaffens, das an die 1200 Gemälde umfasst. Bilder Waldmüllers befinden sich auch außerhalb Österreichs in zahlreichen internationalen Galerien. Zu seinen Ehren wurde das am 1. Oktober 1913 enthüllte Denkmal von Josef Engelhardt im Wiener Rathauspark errichtet. Der ehemalige katholische Friedhof von Marzleinsdorf, auf dem sich Waldmüllers Grab befindet, wurde 1923 in den nach ihm benannten Waldmüllerpark umgestaltet. Eine Waldmüllergasse in Wien-Mauer war von 1927 bis 1955 nach dem Maler benannt. Seit 1888 gibt es eine Waldmüllergasse im 20. Bezirk Wiens. Die österreichische Post veröffentlichte 1932 im Rahmen einer Briefmarkenserie über österreichische Maler einen Wert mit dem Porträt von Waldmüller. Zu dessen 100. Todestag erschien eine Sonderbriefmarke. Motive nach Werken Waldmüllers sind auf zwei weiteren österreichischen Briefmarken zu sehen. Im Jahr 1965 wurde ihm zu Ehren in Hinterbrühl die niederösterreichische Landesausstellung durchgeführt, wobei eine große Anzahl von Werken in der Höldrichsmühle gezeigt wurde. Werke Waldmüllers Tante mit Gebetbuch 1818 Öl auf Leinwand Holz 56 x 47 cm Privatbesitz Mutter des Hauptmanns von Stierle Holzmeister um 1819 Museum Alte Nationalgalerie Berlin Bildnis der Frau Rosina Weiser 1820 Öl auf Leinwand 50 x 40 cm Bildnis des Christoph Bonifatius Zang um 1820 Öl auf Leinwand 54,5 x 42,5 cm Einblick in die Burgruine Klamm bei Schottwien 1822 3 und 20. Öl auf Holz 20 x 25,2 cm Bildnis Elise Höfer 1827 Öl auf Holz Selbstporträt in jungen Jahren 1828 Öl auf Leinwand 95 x 75,5 cm Partie aus dem Prater 1831 Öl auf Holz 31 x 26 cm Demetrius Graf Apraxen 1832 Öl auf Holz 34,2 x 27,8 cm Die Rettenbach Wildnis bei Eil 1832 Öl auf Holz 31,5 x 26 cm Eine reisende Bettlerfamilie wird am Heiligen Christabend von Armenbauers Leuten beschenkt um 1834 Öl auf Holz 37 x 30 cm Der Dachstein mit dem Gosausee 1834 Öl auf Holz 31,4 x 25,6 cm Das Höllengebirge bei Eil 1834 Öl auf Holz 33 x 25,5 cm Die Alpenhütte auf dem Häusenrad bei Eil 1834 Öl auf Holz Der Kupferstecher François Haurie 1834 Öl auf Holz 43 x 36 cm Kinder bei einer Butte mit Trauben 1834 Öl auf Leinwand 77 x 63 cm Bildnis des Notars Doktor Josef August Elz mit seiner Gattin Karoline und seinen acht Kindern in Eil 1835 Öl auf Leinwand 124 x 110 cm Der fürstlich Esther Hasi Scherad Matthias Kerzmann mit seiner zweiten Gattin und seiner Tochter Maria 1835 Öl auf Leinwand 205 x 158 cm Die Traun bei Eil 1835 Öl auf Holz Der Dachstein vom Sofien Doppelblick bei Eil 1835 Öl auf Holz 31 x 26 cm Wolfgang Sie 1835 Öl auf Holz 31,5 x 26 cm Julia Cortes Abraxen 1835 Öl auf Holz 38 x 32 cm Johann Jakob Schwarz von Mohrenstern 1837 Öl auf Holz Josefine Schwarz von Mohrenstern 1837 Öl auf Holz Die Ansicht des Dachsteins mit dem Hallstätter See von der Hütten der Kalpe bei Eil 1838 Öl auf Holz Mädchen im Atlaskleid 1839 Öl auf Holz Partie von Hallstatt 1839 Öl auf Holz 45 x 58 cm Großes Stillleben mit Prunkpokal 1839 Öl auf Holz 63,5 x 50 cm Mühle am Ausfluss des Königssees 1840 Öl auf Holz 46 x 58 cm Junge Bäuerin mit drei Kindern im Fenster 1840 Öl auf Leinwand 84,6 x 67,5 cm Junge Dame am Toilettetisch 1840 Öl auf Holz 39,5 x 30,9 cm Eingang in das Höllental Nach 1840 Öl auf Holz 25,2 x 31,5 cm Blick auf Akko 1841 Öl auf Leinwand 44,5 x 58 cm Emanuel Ritter von Neuwall 1841 Öl auf Holz Traubengehänge 1841 Öl auf Leinwand 39 x 48 cm Nach der Schule Alte Nationalgalerie Berlin 1841 Porträt eines jungen Herren in schwarzer Kleidung 1842 Öl auf Leinwand 100 x 81,5 cm Niederösterreichische Bauernhochzeit 1843 Öl auf Holz 95 x 111 cm Das Ende der Schulstunde 1844 Öl auf Holz 78 x 95 cm Die Verehrung des Heiligen Johannes 1844 Öl auf Holz 78,5 x 65 cm Franz Grillpetzer 1844 Öl auf Leinwand Die Bergstadt Die Bergstadt Castellmuller bei Taormene 1844 Öl auf Leinwand 23,5 x 31,5 cm Die Gratulation zum Geburtstag des Großvaters 1845 Öl auf Holz Kranzblindende Mädchen 1846 Öl auf Holz 56 x 49,5 cm Am Klosterportal 1846 Öl auf Holz 61 x 79 cm Die Pfändung 1847 Öl auf Holz Blick auf Mütling 1848 Öl auf Leinwand 56 x 69 cm Mütling mit der Ruine Lichtenstein 1848 Öl auf Holz 55,5 x 68 cm Bildnis der Frau Anna Waldmüller 1850 Öl auf Leinwand 68 x 55 cm Mutterglück 1851 Öl auf Holz Pamsonntag 1852 Öl auf Holz 45,5 x 58 cm Kinder am Fenster 1853 Öl auf Leinwand 85 x 69 cm Der Abschied von den Eltern 1854 Öl auf Holz 1854 Öl auf Holz 70 x 86 cm Kinder schmücken den Hut eines konskribierten 1854 Öl auf Leinwand 55,5 x 44 cm Der Abschied des konskribierten 1854 Öl auf Holz 59 x 74 cm Die erschöpfte Kraft 1854 Hüll auf Leinwand 63 x 75,5 cm. Wiener Waldlandschaft mit Schloss Wildeck um 1855 Hüll auf Leinwand 65,5 x 81 cm. Kreisigsammler im Wiener Wald 1855 Hüll auf Holz 60,8 x 76,5 cm. Bildnis der Frau Josepha Ernst, der Mutter des Dombaumeisters Leopold Ernst 1856 Hüll auf Holz 52,5 x 42 cm. Das letzte Kalb oder Notverkauf 1857 Hüll auf Holz 44 x 56,5 cm. Am Fronleichnamsmorgen 1857 Hüll auf Holz 65 x 82 cm. Kloster Suppe um 1858 Hüll auf Leinwand 96,4 x 121 cm. Kinder im Walde oder FeilchenpflückerInnen 1858 Hüll auf Holz 62,4 x 79 cm. Nach der Pfändung 1859 Hüll auf Holz 73 x 90 cm. Kinder erhalten ihr Frühstück 1859 Hüll auf Holz 71 x 61 cm. Berglandschaft mit der Ruine Lichtenstein bei Mütling 1859 Hüll auf Holz 42 x 55 cm. Die unterbrochene Wallfahrt oder die kranke Pilgerin 1859 Hüll auf Holz 71 x 87 cm. Bäuerin eine Kuh melkend 1859 Tempera auf Karton 34,5 x 42,5 cm. Abschied der Braut von ihren Gespielen 1860 Hüll auf Holz 63 x 78,5 cm. Rückkehr von der Kirchweih Alte Nationalgalerie Berlin 1859,6 cm. Bautaglöner erhalten ihr Frühstück 1859,6 cm. Vorfrühling im Wiener Wald oder Feilchenpflücker 1861 Hüll auf Holz 52 x 66 cm. Die Kranzwinderin 1861 Hüll auf Holz 44 x 35 cm. Die Rosenzeit 1862 bis 63 Hüll auf Holz 51,5 x 65 cm. Der bettelnde Knabe vom Magdalenengrund in Wien 1863 Hüll auf Holz 62 x 51 cm. Begegnung im Wald 1863 Hüll auf Holz 1863 Hüll auf Holz 53 x 42 cm. Vorfrühling im Wiener Wald 1864 Hüll auf Leinwand 43 x 54 cm. Schriften das Bedürfnis eines zweckmäßigen Unterrichts in der Malerei und plastischen Kunst. Angedeutet nach eigenen Erfahrungen. Wien 1846 Vorschläge zur Reform der österreichisch-kaiserlichen Akademie der Bildenden Kunst. Wien 1849 Andeutung zur Belebung der vaterländischen Bildenden Kunst. Wien 1857 Digital Iccei Imitation Reminiscenz Plagiat Wien 1857 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 Untertitelung des ZDF, 2020